ja aber das habe ich das ding jetzt ist es gespeichert oder das ist nicht gespeichert ganz ehrlich ich glaube ich mache das menne es war gespeichert aber nee ich hab also ich habe jetzt nicht ehrgeiz es ist immer diese verfickte ferse man ja vollidiot läuft da hoch so 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 schön HALT RADER Das ist doch nicht dein Ernst ich habe ja diesen verfluchten ehrgeiz das hinzukriegen ohne dass ich laden muss das ist vollkommen idiotisch ich weiß aber das ist illegal gerade ich will das hinkriegen mein gott bist du dumm klar da sind NEIN du weißt ja da sind zwei enter haken punkte ne ach ich nehme einfach das was weiter weg ist klar so warum warum so ernsthaft ist das jetzt ein fucking scheiß ernst das ist Oh. Alter, war das gerade sein echter Ernst? Hä? Jetzt ist da... Oh, ich... Nein, ich hinterfrag mich. Ich hinterfrag mich. Es ist immerhin recht zu hinterfragen, gerade. So, jetzt, was ist der Plan? Halt ihn auf, während ich lasse. Ja, Herr. Na, mein Freund, du hast den Kampf gewählt. Boah, der Kampf! Okay. Also gut, nach rechts kann ich jetzt nicht... Tötet Kelly ohne Alarm auszulösen. Äh... Ich will da ihn mitnehmen, ja. Ich will da ihn mitnehmen, ja. Okay, ist das Ding angegangen? Äh, aufgegangen. Ich kann hier mir jetzt ein paar Punkte schnappen. So. Ich will da... Äh... Mitnehmen. Oh. Ja, das wird jetzt vielleicht ein bisschen interessant. 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 Gibt es denn sonst noch irgendwen? Oh. Oh. Okay. Das habe ich jetzt vergeigt. Ich habe gerade nicht nachgedacht. Ja. Ähm... Ja. Den darf ich nicht öffnen. Okay. Cool. Äh, runter. So. Hier bin ich im Dunkeln. Wenn ich hier hingehe... Äh... Ist da auch irgendwo... Kleinkram... Kleinkram... Damit ist dann die Tür offen. Okay. 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 Ich bin jetzt mal ein paar Pläne. Okay. Ich bin jetzt nicht mehr. Ich bin jetzt nicht mehr. Nein, ich bin jetzt mal ein paar Pläne. Ich bin jetzt mal ein paar Pläne. Und um die Kollegen kümmere ich mich gleich Das Versteckchen mit dem So weit, so gut Ich muss mich nur noch um die beiden hier kümmern Und zwar mache ich das mit dem Geräuschentwickler den ich hier so loslasse Mann, das ist doch Oh, das ist doch nicht dein Ernst Ich will keinen Alarm auslösen, ich will die Punkte haben Töte Kelly ohne Alarm auszulösen Wer ist Kelly? Halt Der guckt nach hinten Der guckt nach hinten Oh Gott Der guckt nach hinten Der guckt nach hinten Gut Ähm Der guckt nach hinten Der guckt nach hinten Der guckt nach hinten Der guckt nach hinten So Einmal unbemerkt Einmal Erschrocken Nochmal unbemerkt Das ist guter Schnitt Das Ding habe ich auch Perfekt Strom abgeschaltet Gehen wir mal weiter Gehen wir mal weiter Okay Okay Ich hoffe nur Hier ist so ein Ding Gehen wir mal weiter Ein Sniper kann dein Leben mit nur einem Schuss Gehen wir mal weiter Gehen wir mal weiter Gehen wir mal weiter Gehen wir mal weiter Das war gerade so verflucht blöd Eigentlich Ah ich verstehe Ah ich verstehe Ah ich verstehe Wunderbar Gehen wir jetzt den öffnen Den öffnen Er sieht mich nicht Er sieht mich nicht WUH Es gibt tatsächlich sogar eine Möglichkeit Was ich Lädi Aber wie Was passiert wenn ich Hier Oh Nein ich habe keine Rauchbomben Mit ne Scheiße Oh 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 Okay Hätte ich jetzt eine Rauchbombe Könnte ich ihn sogar Ausknipsen Warte mal Ehhhhh Eine Möglichkeit habe ich noch Aber hier ist vielleicht nicht Ich versuch's einfach Schade Nein Auf was ich drück auch dort Mhhhhh